Hi Leute, Willkommen zum 5. Part von Pokémon Schwarz 2. Also, der letzte Part war die Strabickel Part. Und ich will mir ein verficktes... Ihr habt richtig gehört, ich hab verfickt gesagt. Verficktes Nagel abzuholen. Dafür muss ich gar 2,9. Darauf hab ich echt keinen Bock. Tja, aber es muss sein, ich will auch ein Pokémon haben, dass ich trainieren kann. Und das werde ich offline trainieren. War Level offline. Einen scheiß Fellilu. Das hab ich keinen Bock. Das geht mir auf die Sock. Ne, 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 ne. Vielleicht auch dieses Video für die Loop Part nennen, ey. Ganz im Ernst. Sei Teil meines Let's Plays. Ja. 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 Männlich und Level 4. Jetzt bin ich happy. Beutel. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab jetzt... ... das Geräte. ... das Geräte. Sie so gemein machen mein Handyverdustell. Alter. Scheiße. Ich schwere. Ja. Nee." Nee." Mein Pokémon heißt Zerspastian. Der beste Name überhaupt. Ach ja, und wenn einer von euch Sebastian heißt, sorry dafür, aber wäre es nur dieser Name eingefallen. Ach ja, und wenn meine letzten vier Stunden vorbei sind, für das Video aufnehmen und trotzdem das Let's Play gereicht haben. Ich lösche dann nicht die Videos aus YouTube, sondern die Videos aus meiner normalen Fotobox. Das war das Problem. Ich habe halt meine Videos aus YouTube-Parl gelöscht. Was rausgekommen, das war ein totaler Fehler, ne? Ja, draufgeschissen. Das waren zwar viele, aber egal. Immer das Wort draufgeschissen. Und ich werde... Moment. Nein! Offline! 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 Vielen Dank.